Hallo und willkommen zurück zu Borderlands. Jetzt gehen wir in die Lost Cave. Ja. Krabbenwurm? Was? Was für ein Krabbenwurm? Na, ist da. Ich hab nur vorgelesen. Die große Krabe? Oh, ich kann gleich wieder meine Waffe verkaufen. Also, hast du jetzt hier auch nur drei Orte an diesem Schnellreisesystem? Aber, warte, Schnellreisesystem? Das da. Eins, zwei, drei. Ich hab vier Orte. Was ist denn da? Jacob's Cove, der Underdome, T-Bone Junction und Tartarus Station. Ah, sind das die DLCs? Das ist dann das vierte, das ich nicht hab. Ich glaub, die sind wirklich nur dafür da, um in die DLC-Dinger zu kommen. Boah, was? Das ist so eine Feuer-Explosion, das ist ja geil. Das war mein Upgrade, dieser Mod, den wir da bekommen haben. Es hat einfach eine Schock-Explosion mit Feuer hinzu. Hä, was? Man kann Waffen leveln. So ein Quatsch. Der Start oben, Dennis, für ein 100 SMG-Kenntnisse, sind jetzt auf Level 5. Ach so, ja, die Waffenfertigkeit. Wo? Geh mal auf deinen Charakter-Sheet. Ah. Dass dir das nicht aufgefallen ist. Ne, das wusste ich echt nicht. Das wusste ich damals auch noch nicht. Glaub ich zumindest. Könnt ihr mich nicht daran erinnern, dass ich jemals wusste. Ah, da, Kristall. Äh, hier liegen ein paar Kristalle, aber ich glaub, die können wir nicht abbauen. Ach so, ja, die kann man schon abbauen, will ich mal sagen. Oh, what the fuck. Oh, ich glaub, das Vorkommen wurde komplett abgebaut. Warte mal mehr. Wo geht's denn lang? Da oben oder die andere Richtung? Man kann beides langgehen, kann das sein? Oh, ist das dein Vogel? Das sieht ja cool aus. Ja. Vielleicht soll ich die Schusswaffe immer leiser machen. Man hört dich dann kaum. Äh, ich höre dich dann kaum. Ähm. Ja, auch so. Ja, wenn die tot sind. Hä? Warum ist denn hinter mir einer? Der ist über die Brüder. Ah, fuck. Er ist aber im Feuer gestorben. Es hat mein Kick gezählt. Braucht jemand einen Medi-Kick? Ja. Naja, und, wenn nicht. So, ähm. SDRG. Optionen. Audio. Soundeffekte. Ah ja, das sollte passen. Leise Waffen. Wir haben jetzt Schalldämpfer und eine Schalldämpfer zu haben. Oh, da hinten ist ja noch so ein Heilding. ETF, wie kann das Geld da hoch auf den Stein? Oh, die Kristalle hast du schon gemeint. Ja. Oh, level up. Perfekt. Weißt du, was ich jetzt mache? So. Kriegen wir mehr Erfahrung für Kills. Oder für zumindest meine Kills. Ich weiß nicht, zählt das für alle Kills? Ich schätze mal, es zählt ja nur für meine, weil es ist ja mein. Steht da den Team? Ist dabei. Intuition. Ein Feind töten gewährt deinem Team einen Erfahrungsbonus und steigert deine Bewegungsgeschwindigkeit. Plus 10 Bewegungsgeschwindigkeit, plus 4 Team-Erfahrung. Aber ich weiß nicht, ob nur meine Kills dafür zählen. Ja, nur deine Kills. Aber ich krieg der Frauen ebenfalls. So, wo bist denn du jetzt hin, auf einmal? Hä? Geht's darum weiter? Wir haben die 100 bekommen für diesen knallharten Sauros-Gag. Nein. Die Gegner haben dich scheinbar ignoriert und sind alle zu mir gekommen. Ja, also ich wurde auf jeden Fall in Richtung weitergeschleudert von dem Gegner. Hab mir dann so gedacht, hä? Orientierung. Verloren. Hä? Okay. Okay, nachladen. Nachladen. Was ist das da? Ein schlechter Granaten. Au! Waffenkiste. Oh, eine Sniper. Auch wird explodiert. Okay, hier oben ist eine Sackgasse, wo ich gerade langgehe. Oh, die ist sogar schwächer. Schade. Oh, hier sind Waffenkisten. Hier sind Granaten. Was, bei dir ist auch eine Waffenkiste? Bei mir sind mehrere eine Waffenkisten. Äh, kein... Ach so, das ist ein Revolver. Die haben alle... Die hat ein Element-Damage, aber die ist kein Revolver. Warte, vergleichen wir mal mit meiner Pistole. In allem besser. Revolver sind gut für mich. Okay, ja hier, such dir einen aus. Nicht ruhig, wenn du das. Einen werde ich ja sowieso behalten, weil ich jede Waffenart auf jeden Fall mal mithaben will. Ja genau, knallhartter Feuertrex. Ich spawne einfach in meinem Arsch. Warte, da ist ein Gegner, der... Ah ne, der ist doch mein Ding jetzt gestorben. Ja, hier sind nur noch die zwei Fetten. Ich komm da nicht mehr ran, Dennis. Ah, geh. Aber du kannst dich jetzt ziemlich schnell töten. Also vor dir oder bei dir war ein Slack. Warte, ich will dich wieder... Oh, okay. Der Kleine war richtig. Ja, der stand direkt neben dir und ist dann runtergeja... Okay, ich bin gestorben. Bist du jetzt auch? Oh mein Gott. Passt schon, bin am Leben. Ich krieg den Knallharten down. Perfekt. Ah, vor meinem Tod konnte ich zum Glück noch Bloodwing losschicken. Okay, der andere Knallharte ist auch down. Bam. Boah, ich bin gerade echt low vom Leben her. Und ich nicht sogar... Oh ja. Der hat mich nur einmal schlecken. Also viel Granaten. Einfach mal werf. Hä? War das jetzt dein Kill oder was? Alter, ich sterb gleich. Boah, gut, dass der Naka-Fangriff ging. Wo bist denn du? Stehst schon noch hier rum, ja. Nicht, dass ich alleine kämpfe. Ist dir das nicht aufgefallen? Nein. Alter. Die Gegner sind schon ein bisschen heftig, ja. Es sind einfach so viele. Ja, ich glaube, das ist das größere Problem. Ich denke, der Gegner ist gar nicht das Problem. Ne, ihre Menge. Also langsam wird es mit der Muni zu unknapp. Ich wechsle meist von der anderen. Nachladen. Im Umfeld haben wir hier nicht ein Muni-Ding. Ah, ne. Das ist nur Kisten. Hier ist kein Muni-Ding. Oh, du hast noch ein Kristall da liegen lassen, den du abgebaut hast. Ah, ich denke, das ist nur Volver. Ah, so. Feuerschild. Oh, hier ist noch ein Lebensding. Kisten hast du alle aufgemacht. Okay. Oh, hier ist noch ein Lebensding. Ha, what the fuck? Okay, ich benutze erst mal meine Pistole. Eine neue Feuerpistole. Ja, bei dem anderen habe ich nicht mehr so viel Muni drauf. Hä? Nein, ich wollte dich nicht ausrüsten. Inventar. Neu. Oh, der ist ein Explosiv-Schrott-Gun. Das ist ja schön. Achso, du hast den kaputtgeschlagen. Ja, das ist ein Klöp-Klöp. Oh, cool. Da kriegen wir vielleicht noch ein Upgrade. Falls er das auch bringt. Falls der auch eins bringt. Ja, ich denke schon. Das ist ja so ein Lebensding ist. Oh, fuck. Komm schon. Ja, die ganze Zeit mein Damage. Danke. Oh, hallo! Ich schließe auf einem Schläger neben mir. Run, Opfer. Boom. Oh, man kann mit denen sprechen. Aber das lasse ich jetzt erst mal. Fuck. Fuck. Knallarter Schläger unterwegs. Bringt der dich um? Au. Hey, die kommen ja den ganzen Tag sich in Gebäuden raus, man. Die Säcke. Egal, der verbrennt. Nein, der hat aufgehört zu brennen. Wohlen Sohn. Ich will endlich mal Ruhe. Hört auf, Gegner. Ich will endlich mal Ruhe. Ich glaube, das war der Feuerstuhl. Der Letzte hier. Ah, so. Warte, hier haben wir noch eine Kiste. Oh, das ist eine Schildkiste. Euer Schild. Oh, wow, die ist genauso gut wie meine. Ist auch genauso gut wie meins. Ah, naja. Okay, da habe ich jetzt hier recht viel Muni drauf. Ach, so. Wann jetzt der Claptrap? In welcher Richtung ist? In welcher kam mir her? Ich habe jetzt keine Orientierung mehr. Ach, da. Er liegt doch da offen rum. Höh. Ach so, warte. Oh nein, K. Nein, auch nicht. Tap. Wo ist das? Warte mal, kamen wir von da, wo wir hin müssen? Ah, ne, das ist der Weiterweg. Okay. Orientierung ist so für den Arsch, weißt du? Okay, du bist den Weg gegangen, der weitergeht, oder? Nein, ich bin in einer Sarkgasse. Ah ja, okay, rennen auch gerne in Sackgassen. Waffen? Ich dachte, du kommst nicht, also habe ich sie gleich beide eingesammelt. War nichts Besonderes drin, oder? Nein. Warum ist mein Schild dann eigentlich auch immer weg? Macht mir das Ding auch noch selber Schaden, oder was? Sollte es eigentlich nicht. Aua. Du bist ja auch fast tot. Geh doch mal weg von da. Ich meine, du musst nicht reinrennen. Du hast keinen Skill, der darauf basiert, dass du reinrennst. Wo genau bist denn du, oder? Wie lebe ich dich wieder, falls du es nicht hinkriegst? Nee, warte, bis ich den gekillt habe. Ein Magazin noch. Oh, fuck. Na, jetzt hast du den umgebracht. Danke. Belebe mich wieder, belebe mich wieder, belebe mich wieder! Ich will es doch nur spannend machen. Nein, du willst nur, dass ich mein ganzes Geld verliere. Bin ich voll? Ja, ich bin voll. Kannst du die Waffen mitnehmen? Ich bin voll. Ich nehme nichts mit, was weniger als 1000 wert ist. Geld ist Geld. Moment, hab das. Aua, aber den hat ich nicht mit. Ich habe noch keinen Paketenwerfer. Ich habe auch noch keinen. Mal sehen, wüsste ich denn am besten gleich mal aus. Okay, da geht es klar. Oh. Ich habe auch der einzige Weg. Na gut. Halleluja. Achtung. Boah, der hat mich gerade runnest bei einer komplett erledigt. Der Paketenwerfer ist scheiße. Alter, der Typ ist richtig krass. Nein. Aua, der mit seiner scheiß Strom-Explosion. Kill den kleinen, kill den kleinen. Ich versuch's. Wobei, der große ist jetzt eh fast tot. Kill den großen, hinter dir, direkt hinter dir. Der ist gestorben, der hat mich geschlagen. Genau, der hat noch mein Elektro-Ding und das macht Dauerschaden. Also habe ich ihn gekillt. Hä, was? Aber irgendwas ist gestorben gerade und hat mich wiederbelebt. Ja, aber das hätte ich hier nicht. Und das war nicht der vor mir. Vielleicht der kleine, der hier hinten war. Ja, keine Ahnung. Boah, schön, dass die alle one-dick sind. Haha. One-hit? Brauchst du wirklich nur einen Schuss? Bei den kleinen da schon. Vielleicht nicht der fette ist. Boah, wobei, der hat auch zwei ausgehakt. Okay, die Quest haben wir erledigt. Für die andere müssen wir... Ah ja, einmal den ganzen Kreis hier gehen. Ja, gut, okay. Hm, boah, was liegt denn da? Ach, der hast du wieder hingelegt. Ist dir zu wenig Geld wert? Ich dachte, du wolltest eine Rakete davon mal ausprobieren. Ich bin voll! Hä? Warum liegen hier denn noch Kristalle? Das sind keine zum Mitnehmen. Nicht? Oh. Nein, es gab es doch schon an mehreren Stellen welche. Die zum Mitnehmen hatten einen grünen Rahmen. Hä? Was haben wir gerade... Ach so, der Typ, der auf einmal aus der... Da steht noch ein Killer-Bandite hinter der Tür. Wenn ich es richtig sehe. Dann wird er wohl bald hochkommen. Ah ja, da ist einer. Aua. Der ist dieser Tor. Töte in klein. Ja, genau. Blotring ist gleich wieder da. Stimmt, aber vorher. Was ist das denn? Ist das die Waffenart? Ja. Macht mehr Schaden. Hat dann Explosionen. Hm, okay. Oh, die Säure aufgelöst. Du lösst die Gegend einen Säure auf. Nein. Also einmalig schon, ja. Lebt keiner mehr? Nö, ich hab alles verpasst. Du darfst nicht so lange warten. Ah, okay, wir haben es zu gehen. Du willst den Claptrap runter und den Halm? Hä? Wir müssen doch sowieso den Weg... Wir müssen doch sowieso da runter. Also, warum? Oder... Warte, wo geht denn jetzt der weitere Weg lang? Ah, ja. Okay, lauf dann. Du mal in, oder... Es ist eh eine Sackgasse. Laufen wir beide da rein. Oh, die Sackgasse. Ist der irgendein Kampf? Joa. Das ist aber nichts anderes. Ha! Hast du gesehen? Ich hab den 1200 Schaden gemacht, den du dann gefinisht hast. Einen Krieg ins Maul. Der Woiper okay. Man muss halt ins Maul treffen. Ja komm, komm mal. Alper. Ja, ich will ja sein Maul nicht öffnen. Wie gemein. Hä? Wie soll ich denn? Trigger hat denn die Explosion bei Explosions-Damage? Das war ne Frage. Au! Keine Ahnung. Irgendwie kann der mich nicht angreifen. Ich hab immer noch volles Schilf. Ist ja geil. Da kam wieder ein neuer raus. Gleich kommt dir irgendwann ein schwerer Gegner. Perma Strom und Perma Feuer Damage. Aua. Hey! Hey! Oh lol. Der Skill, den ich geskillt hab, da ist jetzt visuell grad da gewesen. Da war grad unten ne Hase. Ja, es ist wieder ne Hase da. Also immerhin, nachdem quasi ich wen umgebracht hatte, kriegst du wahrscheinlich ein kleines Fightfenster oder so. Das ist ein Hase. Ja, der ist ein Hase vom Bild her. Kommen ihr eigentlich endlos Gegners? Kommen die ganze Zeit da welche raus? Ich denke nicht. Es macht's jeden Fall schwer zu luten. Ha. Mann, ich bin gleich tot. Dann geht er mal weg. Ja, stimmt. Ich hab ein Medikit genommen. Kann er jetzt nicht alles mitnehmen, weil ich nicht mehr... Hey, die sind alle schlecht. Der eine da ist noch einigermaßen gut gewesen. Was sind denn das für Dinger, die da sind? Äh, Granaten. Eine Scheißwaffe. Scheiß, das ist ja ein bisschen eine Waffe ausgerüstet. Ah, super. Ah, super. Ah, super. Elemente schaden. Okay, dann gehen wir jetzt noch zu Clapped Web. Und dann beende ich den Part. Müsste ja hier irgendwo auf dem Weg gewesen sein, eigentlich. Ich bin mir echt nicht sicher, ob man schneller ist, wenn man springt oder nicht. Hat der noch irgendwas? Warte, der zeigt uns wieder irgendwas wahrscheinlich. Äh, wo ist er hingelaufen? Äh, ach so, der steht noch da. Der ist immer noch hier. Auf jeden Fall gab's nen Inventar Upgrade. Tanzt der jetzt nur? Fährst du auch irgendwo hin? Ja, fähr wohin. Ah ja, die Tür, okay. Hä? Sicher? Ich weiß nicht, der letzte ist vorhin gefahren und hat ne Tür geöffnet. Ich weiß nicht, ob der das auch macht. Ja, aber hier in der Höhle? Ich glaube nicht. Anscheinend tanzt der nur. Haben wir das Upgrade als Upgrade-Kette im Inventar? Ja, okay. Bam. Waren das drei neue Slots? Sah zumindest grad so aus. Ja, letztes Mal auch. Jedes Mal, würde ich sagen. Oh, nächstes Level. Gut, aber ich würde sagen, aus der Höhle rauslaufen. Und dann zu dem Ort, wo wir die Quests abgeben, machen wir Offscreen. Also dann, wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss. Tschüss.